Vielen Dank, Herr Schanowski. Im nächsten Fall, meine Damen und Herren, für den die Kripo in Aachen zuständig ist, geht es noch einmal um Bankraub. Auch in diesem Fall wurde der Täter von einer automatischen Kamera fotografiert. Die Polizei fragt deshalb, wer kennt diesen Mann? Er erschien am 27. August 1982 in einer Aachener Bankfiliale, bedrohte eine Bankangestellte mit einer Pistole und erzwang auf diese Weise die Herausgabe eines größeren Geldbetrages. Der Täter ist etwa 25 Jahre alt, ein 70 groß, nicht zuletzt durch die hellblonden Haare dürfte er eine recht auffällige Erscheinung sein. Für Hinweise, die zur Identifizierung und Festnahme des Gesuchten führen, ist eine Belohnung von 1000 Macht ausgesetzt. Zuständig ist die Kripo in Aachen. Und nun bittet die Kripo in Ludwigshafen um ihre Aufmerksamkeit. Es geht um dieses Etui mit einem einmaligen, sehr kostbaren Inhalt. Einen sogenannten Markiering. Das ist eine auffällige, goldene, mit Brillanten besetzte Ringfassung, in die man 18 verschiedene Schmucksteine einsetzen kann. Unter anderem einen sehr wertvollen Brillanten, eine sehr große Perle oder einen leuchtenden Rubin. Der Ring und die dazugehörenden Schmucksteine sind von der Polizei bei einer Kontrolle in Ludwigshafen sichergestellt worden. Sie wurden mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwo gestohlen. Bis heute ließ sich jedoch nicht feststellen, wo. Die Ringfassung ist einmal durch eine innen eingelötete Schiene verkleinert worden. Hinweise über die Herkunft des Ringes, der auch einen großen historischen Wert hat, bitte an die Kripo in Ludwigshafen. Im nächsten Fall geht es gleich noch einmal um Schmuckstücke, allerdings nicht um historische, sondern um moderne. Die Kripo in Mannheim bearbeitet seit einigen Monaten zwei vielleicht zusammengehörende Einbrüche in Juweliergeschäfte, bei denen die Täterschmuck im Wert von nahezu einer Million Mark erbeutet haben. Der erste Einbruch gilt der in Mannheim gut eingeführten Uhren- und Schmuckwarenfirma Birkle & Sieg. Das Geschäft liegt im Kernbereich der Innenstadt, in der Fußgängerzone, an den Planken. Samstag, der 20. März 1982, ist für Herrn Birkle, der selbst im Laden bedient, ein Samstag wie jeder andere. Er bringt wie gewöhnlich einen soliden Umsatz. Sie haben ganz recht. Schnelle Entschlüsse treffen auf genau das Richtige. Es ist wirklich ein sehr schönes Stück, das Sie da ausgewählt haben. Ja, ich glaube schon, dass es ankommt. Aber so ganz genau weiß man das nie bei den Damen. Da dürften Sie nicht Unrecht haben. Aber wenn es wirklich nicht gefällt, werden wir noch eine große Auswahl zum Umtauschen. Das wird wohl nicht nötig sein. Im Großen und Ganzen kenne ich den Geschmack meiner Frau. Daran zweifle ich nicht. Und wie gesagt, wenn es nötig sein sollte, wir sind gern zu Diensten. Die Firma Birkle & Sieg hält für ihre Kunden ein recht umfassendes Angebot bereit. Das Tablette ins Fenster zurück. Das führt natürlich dazu, dass sich erhebliche Werte in den Geschäftsräumen befinden. Sie werden unter anderem durch eine moderne Alarmanlage gesichert. Auslagen und Eingangstür werden nachts zusätzlich durch Gitter geschützt. Vielen Dank nochmal und auf Wiedersehen. Wiedersehen. So meine Damen, Schluss für heute. Neben dem Juwelier befindet sich ein Restaurant, das im März 1982 wegen Umbauarbeiten geschlossen ist. Ein Umstand, der mit dem späteren Geschehen im Juweliergeschäft in einem rätselhaften Zusammenhang stehen wird. Der Inhaber und seine beiden Verkäuferinnen verlassen das Geschäft an diesem Samstag, wie üblich, kurz nach 13 Uhr. Also bis Montag dann. Schönes Wochenende. Ihnen auch. Widerspruch. Am nächsten Morgen, am Sonntag, dem 21. März 1982, bezieht um 7 Uhr ein Zeitungsverkäufer seinen gewohnten Posten. Sein Verkaufsplatz liegt etwa 200 Meter vom Laden der Schmuckwarenfirma Birkle & Sieg entfernt. Direkt vor dem Geschäft sind zur selben Zeit zwei Arbeiter der Mannheimer Straßenreinigung beschäftigt. Ihre Aussagen werden für die Polizei später recht aufschlussreich sein. So werden sie zum Beispiel aussagen, dass an dem Juweliergeschäft noch nichts Auffälliges zu bemerken war, als sie dort vorbeigekommen sind. Hier brauchen wir nicht reingehen, da ist nichts. Na ja, die haben einen guten Ausmeister, der macht das immer. Aber sie werden auch Beobachtungen über ein Auto zu Protokoll geben, das an diesem Sonntagmorgen in der Fußgängerzone steht. Ein weißer Transporter der japanischen Marke Mitsubishi. An den Türen des Fahrzeuges steht in roter Schrift das Wort Innenausbau. Die Arbeiter bringen den Wagen mit dem Lokal in Verbindung, vor dem er abgestellt ist. Wir sind nicht die einzigen, die heute schon arbeiten. Es sind früht rein, die Kollegen. Was kommt denn in den Laden rein? Keine Ahnung. Wir werden es ja sehen am 8. April. Die Straßenreiniger sind an dem Juweliergeschäft schon vorbei, als sich die automatischen Rollgitter in Bewegung setzen. Eine Schaltuhr sorgt dafür, dass sie nachts um 23 Uhr heruntergelassen und um 7 Uhr morgens wieder hochgezogen werden. Auf diesen Augenblick müssen vermutlich zwei Einbrecher irgendwo in der Nähe gewartet haben. Sie interessieren sich nicht sofort für das Geschäft, sondern brechen zunächst die Haustür auf, die ins Treppenhaus führt. Diese Aktion dient offensichtlich nur der Sicherung des Fluchtweges. Denn vom ersten Stock des Treppenhauses führt ein Notausgang auf das Flachdach eines angrenzenden Hauses und von dort über mehrere Höfe zu den nächsten Straßen. Los, komm! Erst jetzt wenden sich die Männer ihrem eigentlichen Ziel zu. Der Eingangstür zum Juwelier Birkle und Sieg. Dabei nehmen die Einbrecher zweifellos in Kauf, dass sie die Alarmanlage des Geschäftes auslösen. Der Alarm läuft direkt bei der Einsatzzentrale der Mannheimer Polizei auf. Achtung! An alle Wagen in der Innenstadt. Alarmauslösung bei der Firma Birkle und Sieg. P3, Hausnummer 11 bis 13. Das ist ein Juwelierladen an den Planken. Ich wiederhole. Alarmauslösung bei der Firma Birkle und Sieg. P3, Hausnummer 11 bis 13. Juweliergeschäft. Mensch, das ist doch hier gleich um die Ecke. Ja, ich weiß. Und der Fußgängerzone. Die angesprochenen Beamten in den Funkstreifenwagen reagieren schnell. Mehrere Fahrzeuge fahren gleichzeitig den Tatort an. Den Einbrechern bleiben dort höchstens drei Minuten. Aber es gelingt ihnen in dieser kurzen Zeit, Schmuck im Wert von nahezu einer halben Million Mark zusammenzuraffen. Los, ist mir Zeit, weg! Bei ihrer Flucht lassen sie dann einen Teil der Ausrüstung zurück. Da der Fluchtweg vorbereitet ist, können die Täter praktisch innerhalb weniger Sekunden unerkannt entkommen. Die Besatzung des ersten Streifenwagens, der am Tatort ankommt, muss jedoch annehmen, dass sich die Einbrecher noch im Laden aufhalten. Die sind noch drin. Nichts. Die sind schon weg. Verdammt. Na, aber weit können die noch nicht sein. Na, komisch. Wir hätten sie doch eigentlich sehen müssen. Tja. Jetzt stau die Haustür, die ist ja auch aufgebracht. Bereits sind sie da rein. Dann sind sie womöglich noch drin. Dann müssen wir schnell den Block umstellen lassen.